Hallihallo! Ich seh'n hier's du. Heya da misch, geseh'n da misch. Dann muss Anker ja gegen kloppen. Nee. Geht'n Ton. Funktioniert Bild. Bild, das ist wohl du. Und den Ton. Schein durchzugehen, das freut mich. Zahra hast du. Moje Zahra. Den Ton hast du exzellent, schreift Zahra. Die, äh, die, äh, äh, zwei Sätze, die verhalte. Heya da misch, geseh da misch. Noch ein dritter Satz. Klappt alles. Merci, Sarah. Aber es ist ganz allein du. Tschüss nach Zahra. Das ist nicht schlimm. Maja, wat von deras dann haut? Also haut aus. Da blende ich das kurz an. Der 19. Mai. Hey. Moje Morgane. Den Nund singt du mir 2020. Das ist nicht. Aua. Aber. Äh. Merci. Dada. Hi. Bei. 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 Jérôme Luling Video Chat. Matma. Ich. Sinde Jérôme Luling. Und, äh, das ist ein, äh, Video Chat aus für mein, äh, 2 Klasse bei der WDL. Das, äh, Niveau A1, 2. Und dann machen wir nach Niveau A2, 1. Also schaffen wir ein Buch. Ich weiß nicht, was der letzte bei ist. Moje Kathrin. Kathrin war heute nicht am Zoom dabei. Der das schweigt. Aber. Oh, wir waren aber. Ich weiß schon. Einmal ein bisschen zu. Ah, dann ein bisschen zu. Feier. Oh, so war. Moje. An, äh. Was für ein Foto gesiedert du im Bild? Für wo was die Sendung haut? Der Liam ist da. Salut Liam. Ja. Kennt ihr die Foto? Ja. Wie war das schon, einen Käfer du? Von ein bis an. Du hast eine Geigkeit. Immens flott. 40 Watzerern. Frischluft. Sehr Rauher. Wir haben die Böse. Und dann, was die da rutscht? Nein. Können wir das wieder? Mehr wissen, wie das das sind? das ist nicht zuletzt Morgana schreibt Möllerdahl ja das ist schon immer ein Problem ein zuletzt ein lauter Problem ich weiß, dass am folgenden Tag noch bei ganz vielen Touristen du gehst einfach gesagt du, da du hast Möllerdahl das ist aber anscheinend nicht ganz richtig ich weiß nicht der Wikipedia Artikel oh, sorry ein Klangporn ja, ich hatte noch nicht getest ich muss das Ruf setzen ja, da hinten so wüsste noch ich weiß nicht noch alles das ist gratis aber du wüsst nicht wie es geht meine Information das ist auch gratis der fand alles auf YouTube ja, also hier an dem Artikel steht das die Gage und Klang Lützebeuer Schweiz genannt ja, ich bin ich bin ja, ich bin ich bin ein riesen Fan von Wikipedia ich bin ein riesen Fan von Wikipedia ich bin aber selber kein Wikipediaer Moin Olga Moin Aschid Moin Aspargo Moin Molly also ich bin ein riesen Fan von ich bin schon drei oder vier Artikel geschrieben und ein paar haben ich da auch verbessert aber ganz sicher kein Wikipediaer ich bin ein Power User ich benutze permanent andauernd beständig Wikipedia ich weiß aber auch das ist nicht immer wissenschaftlich also ich weiß ich weiß das seien es ein bisschen approximativ aber ja, was steht dann halt Klang Lützebeuer Schweiz also ein Griechen am Osten für Lützebüsch sie empfasst in einer anderen in einer anderen in einer anderen leider ist schon ein Fehler Deutschland in ihr steht nach Berdorf Schädchen Kunst auf Befort Grund auf Ammelerdahl voilà natürlich der Müllerdahl als Pachs Pro Toto das nicht ganz richtig wenn ihr Müllerdahl seht weil das mehr in Groß geht ihre nun wozuweins die Felsen aus Lützebeuer Sandstehen die durch Bären und Fluss freigelöscht kaufen dadurch sie Felswände hielen an Schliff und sternen die Klammsportler Natur und Wanderfren gleichermaßen und sehen die nun Petit Swiss Luxembourgeois kleine Luxemburger Schweiz geht es in den 1880 Jahren gegen ein von den 90 Jahren sind am Tourismusbereich Bestrebungen und Obkommen hier durch Bezeichnung Region Müllerdahl zu ersetzen wird nicht unumstritten ist nicht alle d'accord nicht everybody agrees weil der Müllerdahl nicht ein kleiner Teil von der Petit Swiss ist und den neuen Begriff durch Konfusion feiern kann die Foto die wir sehen nennen wir den scheißen Dumpel ein von den fotografierten Motiven alle fragen mich ganz bestimmt was ist der Dumpel und da guck ich am LOD und da steht Dumpel Mar ja und am Englischen natürlich ein Pond voilà also ich kenne einen schönen Artikel ja Wikipedia habe ich dabei gesagt Moje Giselle Merci für den Besuch da gehen schon raus voilà ich sehe da von anschein die Fotow nicht selbstverständlich ob ans Plastop kommen von ein ganz schönes Bild Aspargo Moin Olga Bon da fangen wir um am Programm schaffen ja haut wie gesagt mein Buch also lo kein Atelier und ich fange nur ohne improvisieren und zwar wir hier das Buch A1 2 und das ist in Kapitel seit 90 also groß köste mich groß so und das ist beim Doktor da könnt ihr schon mal direkt ein grammaticales Journalisman Doktor sagt Person männlich also also bei dem und das geht in Fusion beim das Dativ fällt das in Position Oh nein schäle mit sein Liest er luistert den Dialog das ist die Nummer 146 na Marmorlo aber Donner soll mal das froh beant ver und du verpasst direkt op Au rei ja Merci für den besuch Nummer 1 ist für was will den Herr Schumacher bei den Doktor gehen Nummer 2 bei was für einen Doktor geht hier Nummer 3 wenig als das sind also die drei frohen für diesen kleinen Text und dann lauscht wir diesen kleinen Text das ist also der Nummer 146 im moment ist sie schon hund schon raus geholt ja do ass den 146 und da machen es ja alle haben kein Problem ciao ciao bis geschwöhn das hat aus lest Allah statt den Dialog Praxis Pereira auf Farber bonjour gode moyen mein nummer schumacher es hat gehe ein rendezvous beim doktor Pereira wann es glift ein moment es gucken mua dem mittels um feuren vier feuren geht es nicht haut es schon der bauch immer zwei es hat mal leid beim doktor Pereira es haut nicht me frei mais ich kann ich ein rendezvous haut dem mittels um halver fünf neuf beim doktor Farber proposeren halver fünf dat ist aber spät wann het ganz dringend as muss dir an urgence kohen nee es kommen haut um halver fünf an der rei et das not te jat avu merci Eddie das war also klang text da könnt ihr dann rinke leisstern avali am roby da kukumar als dann direkt lesungen und voilà nummer eint ich mache ein bisschen mich aus doch man schon noch ein kaya die display was das tools display show height sorry tool pain so nummer eint also für wat wollt wollt hier steht nicht mal T können da wo auch nicht so für wat wollten her schumacher bei den doktor gehen bei den doktor movement akkusativ hinworte bau rimans wey ila tremal vond nummer zwei bei so und du gues immer drei verschiedene vier verschiedene farben hell blu das männlich gring das sächlich hell gru das ist pluriel rosa das weiblich und hell blu das ist männlich das gese da auch hier rät der bestimmten artikel l'artikel defini männlich weiblich sächlich pluriel selbstverständlich nimm am nominativ an am akkusativ am dativ an dat n alles op passen op den rätsel ja passt op den n bleift für um a stohen a für um r fällt n wäsch dan lauscht roma ränke ja wäts edo aeis schoines zählen alzo dat as dan den hannat sieven af jäzisch ja da man is hei aeus liest a lauscht dote vokabülaer schwätzt wir da hart no de kapp da ta ta toa 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 run nous den hals de rik de bui Denn am Damn Tand Ten De Fanger Tfangerin Been Been De Knee Knee De Faust De Faust De Faust Typ top. Merci Monsieur für die flotte Prononciation. Ich hoffe, der Hout hat alles verstanden. Hout Eifund 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 Wurden etwas erklärt kriegen Houten etwas nicht verstanden Ne Da geht es weiter mit dem nächsten Exerciz. Und du houdest dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Und da steht dann Wat tut leid wei Guck bila Er schreift ob Und da könnt ihr mal hier schreiben An den Chat Wat er do gesit Ela Númer 1 Es Und Ihr wer ist das Nummer 2 Und Das ist Nummer 3 Und Das ist Nummer 4 Ja bin traut sich wir wollen etwas schreiben aus bild gleich zu klang manche bis zu groß künder wird besser gesehen besser ausfüllen ne es käme du sie dann haut am chat 27 moya aspargo nummer zwei ja du musst ganz schreiben aspargo ist es schon direkt weg an der nummer drei war das dat wat hört hier es ist nicht froh sein mund aus nur innen hier nur viel peng versteht ihr das wort pang 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 am englischen pain for you it's a game ja peng da das douleur ei den eltern hast du salut eltern schon lange nicht mehr gesehen ja eltern ist schon der bauchweh das den drei ne kei jian ne te brauch ha morgana es ne e ch es schon der bauchweh feya kei jian de kap wei pas op kaget grauske schreven ha substantiva amlitz boyeshegi grauske schreven les noms sont écrits avec une majuscule loin des yeux et loin des coeurs yo salut eltern merci nummer 15 war das der 15 ww se boing boing boom boom boing ja morgana es fehlt nach der 15 wanne 6 alle schreif man dat nach wanne schläft es kines de befehl dat ze schreive 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 ah de jero ja nun schon zwei zoom koren anhat ma jesens van eh muss da passen sonst gus de loko ja finde we schon den hals wei den hals den end bleibt aspargo anach de nummero 6 wat tut de nummero 6 wei alle de nummer 6 nach ja richtig aspargo dunhals mot n nummer 6 nummer 6 katja alexandre lachsol wie nummer nach michelle schreive schreive nummer 6 nummer 6 nummer 6 k will de 6 schreive so schreive litz sange elit mama um schaffer schaffte gar banana split banan pfff eh es schon taue wat das taue es schon taue wei richtig keijan me ohni en es schon taue wei voila da guck ma se a die lesung haja es die lesung haja es wie seh da eint es schon taue wei es schon der rick wei es schon der bauch wei es schon der kopp wei es schon den hals wei es schon taue wei die lesung fand er selbstverständlich ab der internetseite vom INL institut national de langue inlll.lu schon der erste schon gewesen ich kann der neige weisen aber auch nicht so das war da für die dote seite nun seh und da geht es sie auf weiter mit der seite in nun seh 19 19 19 19 also nummer 5 wat hört de man wei luister der kreizt un hei oder eng pop schau fenster poppen a dummy eng pop ein mannequin du sam le mannequin ja I'm a model you know what I mean and I shake my little on the catwalk man ja an hin o de probleem hi de menschen hin has gefall oh post du gefall tom musst du besser oppassen hin has gefall il est tombé he fell allo rief den doktor und den doktor frit wo was de probleem where is de probleem da luuscht rüma du no not that a fe at Ja, mein Knie geht auch ein bisschen weg. Anne ist schon ein Kapp weg. Das ist durch den Schock. Wir machen low-protesten an der Kuckermann. Mit wem schwebt... Top, top. Also, der Kuckermann ist Transkription nun. Transkription, die von der Seite 100.000 ist. Voilà. Das geht schon mal super an. Man muss schon so in einen ganz flotten Text. Bonjour, Dr. Wies aus meinem Namen. Denn Dr. Wies. Ich weiß nicht, wie viele Schüler die lesen Dr. Wien aus meinem Namen. Ich verstehe überhaupt nicht. Ich weiß nicht, dass ich einfach... Bonjour, Dr. Carlos aus meinem Namen. Dr. Schmidt aus meinem Namen. Nein, Dr. Wies. Den heißt Dr. Wies. Wow. Das ist so. Was hast du dir dann? Ich bin an der Treppe gefallen. Ich bin in den Eskaliers. Ich bin viel weg. Und meine Frau hat mich da für direkt an die Urgence gebraucht. Sie hat mich gebraucht. Und meine Amnesty. She drove me there. Was hast du dir da? Ich hoffe in allem DERM, wie. Die Brahe. Die Antenne. Die Mänen. Da lasst mich mal gucken. Nur da... Na, Rappers, wie. Ja, meine Knee, die Dorebisse, wie. Andere schon die Kopf, wie. Die Knee, die Kap. Das ist doch der Schock. Wir machen einen Lauf-Protest an der Kuchen, man. Voilà. Und da gibt es immer heute Lesung. Manneken. Manneken. Pop. Also die Kopf, wie. Die Derm, wie. Die Tän, wie. Andere die Knee, wie. Oder die Knee. Ja, Monsieur. Opasse. Nicht fallen. Richtig. Lach soll. Hindet die Knee an den Kopf. Andere. Andere. Die zwei wahrscheinlich. Kein guten Tag für den Monsieur. Ja, und da gehen wir zurück. Seite 91. An unserem super Buch. Und da haben wir heute 6. Nummer 6. Wir haben eine Foto. A, B, C, D, E. Und hier haben wir dann die Audio-State. Und da muss man da leuschen. Also den A, hier sieht es schon den Schnapp. Der B, sie sieht es schon den Häusch. Den C, etwas mehr schlecht. I have to puke. Ist das wohl mehr? Den D, es schon Dachs-Migraine. Also, ich mengen es schon Feuver. Das ist den E. Und da muss man da leuschen. Und so ein, was für ein Audio-Datei passt bei was für ein Bild. Okay? Also es ist noch nicht ein Feuert, eh? Mit wem spricht der Doktor. Lautstatt schreibt ihr richtig zu bei dem richtigen Bild. Und? Wie oft tut ihr dann den Kopf ein? Ist das einmal am Morgen? Oder ist das einmal die Woche? Oder noch mehr oft? Zwei. Ich verschreibe nicht ein Spray, für die Nüse abzumachen. Die holt dann dreimal den Dach, meines, mittens und alles für den Schlaf zu gehen. Drei. Da lasst mich mal gucken. Jo, die hat niemand anderes gesagt. Das ist bestimmt den Aufgang von einer Grippe. Am Moment, dass eine Epidemie zuletzt. Feier. Hier ist ein Syrup, für den Haus zu brauchen. Trinkt viel Tee, für unallem Salbei-Tee. Das ist gut für ihren Hals. Fünf. Hat ihr den Bauch feiert? Was hat die Haut geiert? Also, die ist meistens nicht gut. Lauscht dort, Oli ist Gespräch. Tipptopp. Schon erst gewesen, was, wohin er passt. Gucken wir mal an die Lesung. Tags Migräne, das ist ein Eind. Schon das Schnapp, das ist ein Zwei. Schmengen, I think. Je pense, es ist ein Fever. Fever. Äh, Feier. Feier, das ist schon ein Haus. Ich finde es, es ist mir schlecht. Wollah, Lachsoll schreibt, merci, in das D2-AS-A, wunderbar. Lachsoll, Feier, Zero an Tee für den Haus. Das ist ganz gut. Ganz gut. Puh, 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 puh. Wollt ihr nicht froh? Nein. Was könnt ihr noch? Äh, das ist schon. Äh, was möchtest du noch? Äh, oder das für die nächste Köln. Äh, da sind wir noch schon fertig. Schreiben wir da. Äh, ja, das ist doch schon bald halb. Äh, äh, ähm, die nächsten Exerzis, äh, schafft man im Dialog am Zusatzmaterial. Da gucken wir uns, äh, den auch nach unten. Zusatzmaterial ist, hi. Äh, und du, da, am Zusatzmaterial, verzeiht ihr an uns die Stoßflotteübung. Äh, und das ist, äh, äh, ein großer Text. Äh, ich mach mal mit der Kamera aus. Ich mach mal mit der Kamera aus. Also, der wisst, dass es da sind, dass kein, äh, Computer, kein, äh, Cyborg, den erst die Köln hält. Da probiert er die Köln zu halten. Anheu und ich schreibe die flotte, äh, schau heute. So. Äh, du, 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 du. Also, du hast den Dialog und ich muss da dann rausprinten und an lauter Klänge Sätze machen. Und die Sätze muss da an die richtigen Schreie falsch setzen. Und wenn du mit der Frasal oder drückst, direkt. You have to put the sentences in the right order. Und, äh, das, äh, guck mal. Äh, 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 äh. Wie gesagt, Lesung aus. Und Lesung, äh, wo ist Lesung? Irgend so zum Schluss. Ja, das sind Lesungen. Wie ist der Dialog richtig? Socht er jetzt, er liest den Dialog zu zweit. Er liest nicht echt nicht viel. Boah, so, Dr. Müller. Boah, so, Monsieur. Wie geht es dir? Nicht gut. Ich und den Hals an der Kopf. Ich und auch den Schnabber an den Hust. Wo dir Fäber? Ja, ich mengen. Oh ja, denn Thermometer weiß nicht anders. Ich glaube, Monsieur, die hat einen Grip. Kann ich schaffen gehen? Nee, du brauchst, ob man es zweit ist daheim. Du musst, ob man es zweit ist daheim bleiben. Braucht ihr ein Zertifikat für die Arbeit? Ja, ich brauche ein Zertifikat. Was für Medikamente kann ich schulen? Ich schreibe in ihr ein Rezept. Die holt ein Sirop für den Hust. Pastille für den Hals. Und etwas gegen Fäber. Vielmals Merci, Adi. Und eine gute Besserung. Super. Voila, das seid in der 90-Stübung Nummer 8. Hört ihr nicht froh? Nee, kein froh. Dann kommen wir mal bei den letzten Exerzis. Nummer 9. Guckt Bild, alias Messagen, sichne eine Exküse. Hai oder ein Prof. Ando oder ein eidle Klasse-Saal. Da ist kein Schüler da. Halli, hallo. Wo sind Schüler? Ando kriegt hier ein Hi und Computer. E-Mail. Das ist ein moderner Prof. Hinhört schon ein Computer mit einem Flatscreen. Voila. Das ist 2020. Ganz außergewöhnlich. Nicht mich gerade. Nicht mich gerade. 2019 wird er so gefänglich. Also, von carpa.atpt.alu 4.m.breia.at.insel.alu Das ist ein Institut National Super de Long. Liebe Prof. Ich kann heute nicht kommen. Ich sehe krank. Bis zum nächsten Mal. Carlos. Das funktioniert. Das ist nicht schlecht. Ich habe aber dabei gesagt, ich kann leider heute nicht kommen. Das ist mir freundlich. Ich kann leider heute nicht kommen. Unfortunately, I cannot come today. Maleröse Menschen. Ich kann nicht kommen. Dann nun mal noch eine zweite Mail. Das ist von Alessa-Alessi. Wir sind nicht Arobas. Wir sind an gmail.com. Gmail ist Google Mail. Google Mail ist ganz interessant. Du kannst durchlaufen auf Google Meet. Ich weiß nicht, ob du das schon probiert hast. Und das ist dann nur für den Herr Breyer. Der selbe ist der Prof. Und er schreibt hier. Morgen, Herr Breyer. Et das mal lebt. Das ist schon mir freundlich. I'm sorry. So sorry. Ich bin désolé. Ich kann heute nicht kommen. Mein Mädchen hat Grip. Ah, es ist ein Fikir, der Grip. Mein Mädchen hat Corona. Das ist ein klang gewitzender. Ich sehe dir bonjour Alessa. Ja, das war die Nummer zwei. Und dann den drei an der vier. Da habe ich gefragt, für heute ein kleines Exküß zu präparieren. Ja, könnt ihr mal ein Exküß dann hier an der Videotad schreiben. Könnt ihr Copy-Paste machen. Lach soll schreibt, Hingerzopp für den Host oder Gaint den Host. Allee, ich weiß noch mehr Exküß, Monsieur Dom. Das war eine Hausaufgabe für heute. Der hat ein Wort Zeit. Wahrheit. Weil, heute hat keiner etwas gemacht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Schon aber nur nicht mir ganz viel Zeit, weil ich jo mit der nächsten Lektion will aufhören können. Also, der könnte ihren Text aber immer noch da hinabpasten. Ich weiß nicht nur, was wir mal am Mittwoch machen, den 20. Mai. Und zwar, das sind dann seit 92. Seit 92. Die könnt ihr dann auch für moi präparieren. Und seit 93. Ja. Und den Titel als erwähnt, erwähnt mich zu den Loh. What are you doing now? Und was du jetzt tun? Lach solltest du den Dialog. Und das ist ein sehr convenienter. Convenient, das ist so ein Fest, was ganz viel Litzbeier fährt in der Tradition. Und du treffen sich freie Klasse-Kammeroden. zu zoomen. Donc, des anciens élèves, des anciens Kamerads de Klasse se retrouven, former student, former pupils, how do you say that? People who went together through college and all this stuff. They have a meeting 10 years later. Bon, Senior Convenient. Und da geht natürlich viel geschnüsst. Il parle beaucoup. Lots of talking. Roel Lin, Jack Pitt. Han sie froh. Und dann, wat hüßt du gemacht? Wat hüßt du noch gemacht? Bla, 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 bla. Ja, und dann, die hoort Information die Vaterpatrick. Die fehlt im Bild. Du könnt ihr etwas Kleines erfahren. Und dann, lest Gesprächs los hart zu feiern. Dat machen wir dann. Aber nicht zu feiern. Ich lese den da lang. Und dann, haben wir schon Zeit ob ihr Blick. Das ist ein Rekapitulativ von der Grammar. Könnt ihr ein Genre gucken. Hei, nach ein Gemeindein sein. Den Rägel, Rägelmäßig verben, Unrägelmäßig verben, Modellverben, und so weiter. Und das ist schon der Schluss. Land, allein, bekanntlich. Ich mag nicht, Mama, aber nicht. Ja, würde ich nicht froh. Moin, Sandra, Sarah schreibt, ich kann leider nicht kommen, ich sehe liederisch. Sarah, das ist eine fantastische Exküse. Das ist keine Exküse, das ist eine Erklärung. Und sie ist ganz ehrlich. Voilà. Ich sehe liederisch, die zwei anfehlenden Wäsche. Und Lachsoll schreibt, Sarah, du bist nicht liederisch. Und Sarah schreibt, ich lache. LOL. Ich lache ganz viel. Perfekt. das war das Programm vom, wie ist das? A12. Und der Mensch loht das Programm vom A21. A21. Du bist du. Und der Mensch das teuer warst. So. A21. Und du bist bei der Seite 44. A21. Und da geht es immer raus. So. Ich weiß nicht, Madda, der only Webcam ist klar, kann ich mal heuer an den Neck. An dem Wurzeck. Vielleicht stehe an der Stunde. Ja, Elef guckt, Werben an der Köste erfüllt den Text fertig aus. Und du hast sieben Verben. Sich undue. Sich schminken. Ummachen. Sich ausdue. Sich kämen. Sich duschen. Und ausmachen. Und das tun wir ja gesehen. Das sind die Reflexivverben. Heuer es trennbare Verben. Ummachen. Ausdue. Ausmachen. Und dann haben wir hier einen kleinen Text. Und ich habe euch gebeten, den für heute zu präparieren. Das ist seit 4h40. Ich hoffe, die Ute hat gemacht. Und dann muss der Heu die Verben an die Küsten heu setzen, an die Läscher. Das wäre ampliär les Trou. Und dann, wann alles ausgefüllt ist, da können wir den Dialog auch ein keer leusteren. Maja, da weiß nicht, ich habe direkt Lesung. Das ist 3h40. Ist die du? Ja. Du hast Seite 2h40. Was macht dir meines Seite 4h40? Scheiße. Da man steht schon raus. Und ich mal selbstverständlich habe, ob das seid rum. Nies die engste du wasch? Du neust für den automatisch immer wasch zu machen. Ja, das hat Arnold Buch Schwaziele zwischen zwei und das der Nummer vier ist da leustere mal den School or University Alumni Ja, genau, ancien Kamerade Klasse. Merci, Giselle. Dann wir ein Schei aus. Ich Läuste Läuste Loh a Kontrolle Jad Läuste in Dialog zu Zwei So, als Lydia schon wäk ist und hat den Moin noch nicht gesehen. Ja, hat blockiert 20 Minuten Bordzimmer. Hat braucht all der mehr lang. Wart mischt nicht lang? Ja, das ist ganz normal an dem Alter. Hängst an der Dusch, das findest du normal? Hat duscht sich ja nicht just, nur der Dusch föhnt hat sich und kämpft sich, du noch wäscht hat seine Zähne und hat schminkt sich. Aha, kann halt nicht das in Komme machen. Am Bordzimmer ist die Luft besser und das spiegel las mich raus. Hat das sich auch am Bordzimmer an? Hust du für auch eine Erklärung? Nein, du das auch immer am Bordzimmer aus und den Kleder da am Bord da das eine Sache. Und du lauscht das immer zu no Boah, was de super text. Boah, so wirklich. Nuder dusch feunt hat sich. Feunt sing hohe an hat kem sich. Kann hat das in Akuma machen? Es kelle peut pas faire ça dans sa chambre? An la kalle dans sa chambre plutôt que de le faire dans la salle de bain. Instead of doing it in the bathroom, she can do it in your own room and you have the light better than special when special is very important for a model to Germany next top model to it is of course and there is this show and the arm out and the clothes and the position das ist eine Position das ist eine andere Sache alle gedacht, das wird so ok, ok, das ist perfekt wahrscheinlich steht das selber so läuft es nicht, aber das können wir noch streiten eine Stunde unterdurch Lach soll wo steht das? eine Stunde unterdurch das findest du normal 60 Minuten in der Schauer wir haben das nicht mehr in der Dusche wir haben das Föhn, die Hohen, die Wäsche, die Zähne und so weiter dafür ist es so lang in der Dusche ja, wunderschönen Text vielen Dank das tun wir gemacht da machen wir eine flotte Übung am Zusatzmaterial Nummer 13 da gucken wir uns das an Kapitel 3, Übung 13 der Zähne liest Beispiele er spricht mit den Leuten aus der Klasse fand und für alle froh ob man es eine Person die mit Ja entfällt an der Diät hier nur an dem Tableau das können wir natürlich heute nicht so machen aber das Spiel wird ihn dann an der Klasse spielt das tun ich für alle muss mir ein Älgel muss ich so natürlich für du nicht so an dem muss Kant der Tisch du hast ganz viel mit movement mit viel Bewegung also die Schüler sollen nicht sitzen bleiben die Eltern sind nicht zu resten an ihrer Platz aber sie müssen sich bewegen am Saal und mit den Männern schwätzen das laufen auch nicht die die ist nicht schlecht also du hast definitiv Verdele und sind auch Resultate aber in Zeiten für Corona ist das natürlich ein bisschen problematisch an Lohai am Videochat weiß ich auch nicht wie ich das soll machen hier ist einfach fand ihn an der Klasse oder hier vielleicht fand ihn am Videochat Kathrin Fried möchte föhnen tatsächlich mit einem Sechscher Ja Aspargo hat richtig den Hohen auf Ja fand ihn hier am Videochat der gerne am Bett Kaffee trinkt wer von ihr trinkt gerne am Bett Kaffee fand ihn der möge es gut aus dem Bett könnt wer von ihr könnt möge es gut essen bad 50 Maske sicher gange mit 50 Atemschutzmasken es gut ist gratis und war super organisiert an der Heilpolyvalente ich hoffe es okay Virus gut ich es kein Paar am Chat den am Bett Kaffee trinkt ne wie gesagt das könnt ihr dann auch zu heben vielleicht sind ihr ja zu zwei zu heben da könnt ihr zu zwei spielen voilà dann gehe ich zurück an mein Basis Dokument das ist dann heu mach Übung am Zusatz Material haben wir gemacht Nummer 14 das ist ein schwerer Exerzis ich sehe mal nach an dem richtigen ja okay ähm du geht er dem der vierze vierze der tisch in order to pour mit nun on die pa pur on die pur a jachette ein stylo pour a ekriert mit zwei vierze ja dat ist nicht einfach du hüller dann den end claudia hält den bus vier schaffe zu fahren er prend le bus pour travailler aller in order work to drive so she takes the bus in order to drive to work ganz komplex struktur mir decken den dusch für kaffee zu trinken ich gucke in direkte lesung das meint schon ein Fehler ja mir decken den dusch für kaffee zu trinken der pool geht an Pürzema für sich zu rasieren madame peters rief an griech und für ihr rendezvous auszumachen an hi könnten ein zusätzliche schwierigkeit heute also du vier mit wel ausmachen in trennbar verbers könnten zu antmet kost par par a every lead das e pers super a dance boogie wonderland ja du könnt frei der pahr die muss also unter 14 denken allen plus muss auch gucken als verb trennen oder nicht trennen war ja mega bonus mein chef rief den eric an der büro für hier neppes zuvor 6 joel rief an der restaurant und für ein deutsch zu reservieren sieben lydia geht an sein zimmer für sich und zu tun acht den alex hält sein schlösser für die zau zu sperren heute oder um den zu den schien und damit verstopft weil so sparen als ein trennbad wer und dann nicht michael setzt für um spiegel für 60 schminken an der jacke tummelt es ist dps die harry's up 44 was zu machen what is he doing die jacke tummelt sich den singen für den bus nicht zu verpassen ja anhauda die vier anderen zu aus nicht tischend verpassen dat ausweil verpassen kein trennbad werbers yeah ah mir nachschieden zwischen trennbare verben an untrennbare verben les verbes komposen separables les verbes komposen inseparables dat als der mega knuller ist so nisch du explodiert die hier recht richter boah alle banane binnen sette banane banane jose oder banane jose alle ciao typ top hohe den engfro do you have a question also ist die zackmacht vierze nach mir komplexe 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 zu machen und da tut mary an alexander mich schon gefroht an da muss ich dann krebs präparieren wir benutzen nicht immer vier ans heinst du geht die vier durch heinst du geht den zu durch ich brauche das nicht zu machen mehr sprangendat zu machen und da muss ich löschen für verben abstellen also das ist richtig spannend bueno andere nummer hier auch eine super klänge erklärung wenn ich die klänge erklärungen liest dann ja das war einfach nicht so einfach nicht ich gehe in das restaurant für eine klanggeschichte zu essen denn z apostroph den aus eigentlich zu meden i fällt was also den ö den öfelde was für den vokal für eine klanggeschichte zu essen oder für eine klanggeschichte zu essen und dann auch passen dran bei verb ich gehe in das schlafzimmer für meine kläder und zu doden der hummer in ihrem nächsten zu den beisen zu den sich hat mitknallt sich wäschchen ich kiene und wütze mal für mich zu wäschchen das ist normal sich ummelden auch passen dass er im trennbar ich kiene habt gemein für mich und zu melden pour mon registre to register wunderbar da das zeitfeierer verjetzt ist wo den info do you have questions do you understand do you feel the same ne kengfu wunderbar da geht es weiter seit 40 und nummer 15 schreibt setzt fertig vergleicht zu den nummern der am noppa ja wo die funerchen bist du eben präpariert ne könnt ihr jetzt in den chat schreibe und ich verbessere nicht dann für warte ich gehe in die fitnessstudio für sport zu machen und du ich gehe in die fitnessstudio für muskelen zu kreien easy für zu und dann ich mache sport komma für könnt ihr etwas in den chat schreibe ich trinke eine kaffee für ne wolken abschreibe merci kannst du ein examen beispiel an der vergangenheit weisen beispiel macht warte lach soll matt 14 zum beispiel schuhe gestaue 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 kathrin wilde kathrin 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 zu bleiben warte ich trinke kaffee für eine pause zu machen ja schon gestern brille kaffee zeitung besser zu lesen Das ist ein Infinitiv. Aber so effektiv kannst du auch nach so einem schon damals Brillkaffee, für das ich Zeitung besser kundlesen. Uh, das ist auch interessant. Der vierte an der Vergangenheit. Ja, das ist zum Beispiel ein Thema für ein Atelier. Ich rufe den Doktor um, für ihr Rendezvous auszumachen. Ja. Hey, Katrin Asgutrop, she's on fire. Ich kaufe ein Zugbillier für einen... Lass mich rüdern. Für einen Riss zu machen. Oder, ja, ich kaufe ein Zugbillier für einen Start zu fahren. Und, ja, viel mehr ist es, ich kette. Äh, wow. Ja, das, äh, wenn ich, äh, feierseite möchte, das fehlt. Ich kann ja noch nicht alles am Detail machen. Obwohl, ich darf ja noch nicht alles am Detail machen. Ja, ich kaufe ein Zugbillier für ein paar Reis zu gehen oder zu reisen. Ich melde mich am Spruchkuh und für Lützebäusch zu lehren. Ich gehe mit der Kanne an den Park für Möschzahme sehren. Gucken wir mal, ob ich die Lesungen nun... Also, ich mache Sport für fit zu bleiben. Ich trinke einen Kaffee für wäckerisch zu gehen. Wäckerisch zu riveillieren. To wake up für wäckerisch zu gehen. Oder für wäckerisch zu bleiben. Ich rufe den Doktor, um eine Ordnung zu kreien. Ich kaufe ein Zugbillier für ab Amsterdam zu fuhren. Ich melde mich am Spruchkuh und für Japanisch zu lehren. Ich gehe mit der Kanne an den Park für flotten Normittisch zu verbringen. Und ich gehe seht den zu als seinen Tisch und Fach abbringen. Mit vier drinnen, weil verbringen als ein unteren Bett wäre. Kathrin schreibt, ich melde mich am Spruchkuhl für lützbüch besser zu schwätzen. Exzellent, Kathrin. Bei einem Videochat kannst du aber nicht lützbüch schwätzen. Ah, du kannst vielleicht einen kleinen Clip schicken. Wo du dein Hobby siehst oder dich selber. Das ist egal. Dann hören wir dich. Dann sehen wir dich. Und man sollst effektiv am Zoom. Du meinst das ganz gut. Merci, Kathrin. Okay. Hurtst du es noch reden? Hibst du es so einnehmen? Dann kommen wir bei den letzten Punkt. Ah, macht Übung am Zusatzmaterial. Das ist die erste Zing. Dann gucken wir mal, was das dann ist die erste Zing. Ah ja, das ist ein Wieselspiel. Ja, das könnt ihr durch den Eben spielen. Das sind zwei Blüder. Kopie A. Also, den E-Schüler kriegt Kopie A. Und den anderen Schülern kriegt Kopie B. Und dann der Schülern A, den hört hei, müssen ihn froh stellen. Der Pool rief an das Restaurant un. Und du weißt nicht, für was. Also stellt der Schülern mit Kopie A, der stellt froh. Für was rief der Pool an das Restaurant un? Und dann muss Kopie B vorstellen, für was hält der Pool den Bus? Und dann geht der Pool zurück. Und dann der Pool hält der Bus für Obdabisch zu fahren. Und das kann ihn so hin und her fahren. Du fährst das Wieselspiel. Das ist ein Spiel, wo man sich verändern kann. Für was hält der Pool, du lässt B und dann hast du ein A-Urwen. Und hier hält der Bus für Obdabisch zu fahren. So, Lachsoll. Ich gehe mal die Kanne an den Park, für Spielsachen zu machen. Ja, oder für zu spielen. Kathrin schreibt, ich gehe mal die Kanne an den Park, für, können Sie relaxieren. Für Matikana können Sie relaxieren, ja. Für Sie relaxieren. Stefan hast du, Superstar Stefan. Frisch von CNN, merci Stefan für den Besuch. Also müssen A an die B, die Wieselspielung auch gemacht. Das könnt ihr dann daheim selber neigen, probieren. Wenn ihr zu zweit seid, ist das ganz interessant, ehrlich. Und dann kommen wir nach zum Schluss. Ausspruch wird Betonung. Ja, und zwar geht es heute um die Trennbar-Verben. Und du musst da oppassen, was betont geht. Lauschtet wird er, er schwärzt sie noch. Wo sie sie betont, und er streicht die betont Silben. Du musst also gut nur lauschtern, also ein A. Er geht oppassen. Er geht dann ob betont. Er geht dann ob betont, er geht dann ob betont, er geht dann ob betont, er geht das Verb Trennbar. Donc, wenn die Partikule verbale ist accentuée, le Verb composé ist säperable. En revanche, wie hier in für Leeren, La, la Partikule verbale n'est pas prononcée, mais le Verb de base, donc ça devient verleyeren. Et alors c'est pas séperable. Also, lauschtet gut nur, da das de numéro 4 à 4 et 6. Lauschtet wird er, er schwärzt sie noch. Wo sie sie betont, und er streicht die betont Silben. Opossen Ausdouhen Erkaufen Verkaufen Besichern Verleeren Umellen Vergießen Verschrauben Ausdouhen 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 Bestellen Entscheluschen Motuellen Aufdrüchen Vergessen Ausdouhen Ausdouhen Tipptopp, da weiß ich erst die Lesung. Also, ich habe es gesagt, ich lasse dir mal nach einer Lesung, dann könnt ihr besser kontrollieren. Lasst das wieder, erschwetzt sie noch. Wo sie sie betont, und erstreicht die betont Silben. Oppossen. Ausduhen. Erkaufen. Verkaufen. Besichern. Verlehren. Ummelden. Erschreifen. Upprischen. Bestellen. Entschüllechen. Motuellen. Ufdrischnen. Vergessen. Vergessen. So, also, ich habe das nur erklärt. In der Sprache verbessert. Passt also, ob es betont ist. Und da wissen wir, ob es trennbar ist oder untrennbar ist. Ich weiß nicht, ich habe nur noch die Gramm. Ich habe das nicht klar. Also, das war die Notenexerzise. Und dann die nächsten Exerzise. Leuchtet das jetzt, er schwätzt sie nur in erstreicht Verben. Hier muss er also just Verben in erstreichen. Aber wenn sie zusammengesetzt sind, dann muss er die Verbpartikel auch in erstreichen. Also, ich passe immer auf die Kanne auf, da das dann passe, an, ob. Voilà, die zwei. Ich tolle den Mantel aus, dann das Verb ausdor. Ich enleve mein West. Ich enleve mein Manteau. Ma ja, da gucken wir eine Lesung an und ich lasse nicht dann automatisch auch die Fische laufen. Da gesehen, da wird richtig, also, wenn er in erstrichen muss gehen. Ich lasse dann hier. Lauscht das Satz, er schwäzt sie nur. In er streicht Verben. Ich passe nicht mehr auf die Kanne auf. Wir tun den Mantel aus. Wir kaufen am Supermarsch an. Hier verkäft sein Auto. Kann er besuchen hier Großeltern. Der Schuss verliert immer sein Schlüssel. Sie meldet sich für die Kurung. Wir schreiben uns nächste Woche an. Wir rächen uns über die Vierdrop. Claire bestellt den Kaffee an den Kichelchen. Entschuldigt war nicht geliebt. Wie viel Aura ist es? Du hältst ein Kattel, Matt. Hier drischen sich auf. John vergisst sein Buch am Chur. Ich ging an die Musikschule, für mich anzuschreiben. Kanna ging an Daltasem, für ihr Großeltern zu besuchen. Lauscht das den Text. Das war also ein Exerzis für die Verben zu streichen. Und ich habe noch einmal das gemacht. Also passt es ab. Wenn du steht, ich ging an die Musikschule, für mich anzuschreiben. Dann nutzt er die Vierdropa. Aber ein trennbarer Verb. Setzt er den Zeh dabei. Kann er die Naltasem für ihr Großeltern zu besuchen. Du hast den Zeh. Die können nicht ran, also nicht zwischen be und sicher. Weil bei sichern, da geht sicher betont. Und das ist untrennbar. Dann nutze ich eine kleine Erklärung. Bei den trennbaren Verben als Tabbetonung immer im ersten Teil vom Wort. Man muss aufpassen, ausdauen, akaffen. Betonung bleibt immer auf dem Teil vom Wort. Ich kaffe nun mal an. La prononciation reste sur ce petit bout. Sur ce Particule. It stays on this little verb particle. Ich gehe nun auf dem Markt für an, z kaffen, oder den z, den sich dottischend setzt. An. Dann hoffen wir auch nach eine kleine Grammesserklärung dazu an die Seite 136. Wenn ich das richtig notieren tun. Seite 136. Dann gucken wir mal. Ja. Du dort entwerben, die regelmäßig haben, die unregelmäßig haben. Die interessieren also nicht. mehr sind Verben mit Präfix oder mit Verbpartikel. An. Das sind die untrennbaren Verben. Also untrennbare Präfixen. Die ändern sich nie. Du bleibst immer alles schei brav alles zusammen. An. Zwar betrifft das dann die Heiten be- und ach-fach zach- über-inner. Okay. Und da gibt es zum Beispiel beschreiben. Betonung aus dem Schreiben. Entschöllechen. Erfanden. Verkaufen. Zerstören. Das ist super einfach. Die bleiben immer zusammen. Und du hast dann noch vier zu beschreiben. Vier zu zerstören. Du kannst nicht zutischen. Leider für ihr geht nicht viel der Dote Verben. Die Micht Verben Die Micht verben die Micht zusammengesetten verben la plupart des verben composés the most composed how do you say that verbs that are put together they sind trennbar they are separable they you can split them again and zu den prefixen von verb partikel do best well das so nicht fix also das verb partikel sie betont können vom verb aufgetrennt gehen und da haben die heute wo was denn also do an die heute auch nach und das ist in der die sind die drei punkte an aus bei ro ro fort he mat no off on 4 z rick a fonctionner tax am con am ge sat am go zum beispiel roof skin roof i go down je descends skin europe je monte skin him je rentre à la maison i drive home je vais à la maison je fure fort je pars i live drive away dat kann eventuelle le machen so machen ou machen aus machen das am kontrast an griechen den und du mal dann auch die heilige beispiele verbe vor kann ihn zum beispiel ganz viele prefix kombinieren an den as da betont ruf rupfer fort vor heim format vor und uff und zurück vor also das als definitiv kein einfache geschichte 0 8 dat sind dan reflexive verben an d 0 0 1 reflexive medie mamalo auch nicht mehr, an der gehen ich zurück auf mein Seid, wo muss ich da blive sehen, an der Fall, wo war das, 5 war 40, wo ist ein Engfrau, nein, kein Schreib, der Pass, dann sind wir im Schluss auch kommen für heute, aber für moi, können da erst schon Zeit, 46 oder 47, auch gucken, 46 plus 47, für Christian sein da, muss ich den Text lauschen, an so, wo hier überall schon war, mir lehren Vergangenheit, Sinn ist wahr, j'étais, I was, Hunde ist hat, J'await, I had, du bungen am Zusatzmaterial, und da lauscht er dann nach ein, wo muss hier gehen, wo ist hier noch alles, hier präpariert er auch, richtig oder falsch, und da noch mal rummener, so, Mouvement Position, und da können da, ja können da, 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 Mouvement, wo, geht, Christian oder, wo, Christian Position, und da, drei Personen in dieser Klasse, bei mir nicht mehr, an, Römer, mit YouTube, wo, mein Name, zu, das, 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 7 auf jetzt wurde von er sein froh dann gehen wir am sehenden motz für das stehren oder du kannst du bist zu viel bild das nicht richtig ich hatte das bild das alles können so einfach so was besser also was immer nach die kleinen schweiz vergisst von schrift nicht ob exerzis punkt l du könnt ihr die sachen du auch spielen ich muss definitiv nach exerzise dabei setzte man trennbare werben also da haben a2 und oder zum beispiel kann man werben dort sehen das memory beruf kohle die griechende die muss immer am gleichen den herr gucken und machen auf malen ausmachen a1 schon um machen ausmachen dat klopft fahrer zu machen rufgurne von nein herruf beruf geschaffen dass du bei als ador so also so können datter spiele aber älter merci awana steht schöne nur wenn ja bis mal okay wird nach ihnen froh also denen du existieren können da spielen setzen er schon an den chat mohamed klappt merci das ist nicht einfach ich muss definitiv noch mehr exerzisse erschaffen meyer ist so nicht vielmals messer aufmerksam geht bis zu mir lang gedauert es kann ja mir das aber ohne zu schlimm ich meine wir kommen bei die deckstecker von der lektion an der bananen schuss an der bananen schub mäßig ganz froh dass mal ein loram hanna da ist und man doch nach dem schen mein logo und so schütfrage seit dass ich um ego trip sind und dann sonst ja schönes merci dass er mal gemacht hat hat schönen novent an bis moine de nuvent video chat rum um 21 jauhe ok schon der schuhe ugi wird mama machen rum a 1 2 an a 2 end also wir schaffen man buch ok au revoir